Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Deezer-Date-Video auf meinem Kanal. Heute geht es um den zweiten Teil meines Videos über den gelben Sack und darüber, wie Verpackungsmüll in Deutschland getrennt wird. Wenn ihr den ersten Teil noch nicht gesehen habt, dann findet ihr ihn hier. Unter anderem hat mir darin Lili Fuhr von der Heinrich-Böll-Stiftung erklärt, warum Plastik eigentlich so schlimm ist. Plastik ist ein total problematisches Material an und für sich, weil es zum einen aus einem problematischen Rohstoff hergestellt wird. Also 99 Prozent von allem Plastik wird aus Erdöl und Erdgas hergestellt. Das ist klima- und umweltschädlich und auch gesundheitsschädlich. Und Plastik ist ein Material, was ja wahnsinnig haltbar ist. Das heißt, das, was wir einmal produziert haben, bleibt für immer, für Jahrhunderte oder länger in der Umwelt. Sie hat den sogenannten Plastikatlas mit verfasst und daraus wurde in der Tagesschau zitiert, dass nur 17 Prozent des Plastikmülls in Deutschland wirklich recycelt werden. Im ersten Teil habe ich ja meinen gelben Sack vor der Haustür abholen lassen und bin ihm bis zur Umladestation gefolgt. Heute geht es weiter nach Rheinfelden, wo die gelben Säcke hier in unserer Region verwertet und recycelt werden. Aber zunächst mal habe ich mir hier bei den Entsorgungsbetrieben Konstanz von der Leiterin, Frau Hertig, erklären lassen, was die rechtlichen Rahmenbedingungen für den gelben Sack in Deutschland sind. Die Kommune hat mit dem gelben Sack praktisch gar nichts zu tun. Im gelben Sack wird Leichtverpackung gesammelt. Da sind zuständig verantwortlich, die die Verpackung in den Verkehr bringen. Das heißt, dass das Ganze auch nicht über die Müllgebühr bezahlt wird, sondern letztendlich vom Verbraucher, wenn er dieses verpackte Produkt kauft. Der Handel muss dafür sorgen, dass es wieder eingesammelt wird und verwertet wird. Und da das nicht jeder kleine Laden einzeln machen kann, lässt man diese Verpackung lizenzieren durch die sogenannten dualen Systeme. Und über diese Lizenzgebühr wird dann die Einsammlung und Verwertung dieser Verpackungen finanziert. Wir haben als Subunternehmerauftrag den Auftrag, in der Stadt Konstanz die gelben Säcke einzusammeln und umzuladen. Das ist ein rein privatwirtschaftlicher Auftrag, losgelöst von der kommunalen Müllabfuhr. Nun hat sich gerade, was den Verpackungsmüll und Recycling betrifft, einiges geändert. Unter anderem gelten seit 2019 neue Verwertungs- und Recyclingquoten. Ab dem 01.01.2019 müssen erhöhte Quoten erreicht werden. Bezogen auf die Gesamtmenge muss 90% verwertet werden, wobei lediglich 59% stofflich verwertet werden. Und natürlich wollte ich von ihr auch wissen, was hinter diesen wahnsinnig niedrigen 17% Verwertungsquote steckt. Diese 17% kenne ich aus dem Plastikatlas. Da geht es darum, dass aufgeschlüsselt wird, wie werden die rund 5 Millionen Tonnen Plastikabfälle in Deutschland recycelt. Und nicht alles, was in Plastik anfällt in Deutschland beim Endverbraucher, ist Verpackung aus dem gelben Sack. Etwa nur zwei Drittel sind Verpackung. Als es darum ging, dass nur 17% stofflich verwertet sind, da hat man rausgezogen den Prozentsatz, der im Ausland verwertet wird. Es gibt allerdings Veröffentlichungen darüber, dass das, was die dualen Systeme vom gelben Sack exportiert haben, sehr gering war. Also dass der größte Teil von exportierten Kunststoff aus anderen Bereichen kam, aus der Landwirtschaft, aus Gewerbe und so weiter. Naja, und weil Frau Hertig natürlich auch den wirtschaftlichen Teil der Abfallverwertung kennt, habe ich sie noch gefragt, ob sich dieser ganze Aufwand eigentlich überhaupt lohnt. Wenn man über den Aufwand spricht, geht es ja zum einen mal darum, wirklich möglichst viel stofflich wiederzuverwerten, weil wir endliche Ressourcen haben. Das ist das eine. Das andere ist sicherlich, ob es energetisch oder bezogen auf die CO2-Energiebilanz sich lohnt. Das, denke ich mir, ist gerade bei Kunststoff unumstritten. Was man ganz klar sagen muss, die Primärrohstoffe sind viel zu billig. Das heißt, kostenmäßig ist es häufig günstiger, einen neuen Stoff zu nehmen, als auf ein recyceltes Produkt zurückzugreifen. Und da, denke ich, können nur entsprechende Vorgaben über Einsatz von Recyclingquoten da auch politisch gegensteuern. Danach war ich wirklich gespannt, wo mein gelber Sack eigentlich landet. Und deswegen bin ich nach Rheinfelden gefahren zu Vogt Plastik. Dort habe ich Michael Dietl getroffen. Er ist Leiter für Abfallwirtschaft und Rohstoffbeschaffung. Und er hat mir genau gezeigt, was dort mit meinem gelben Sack geschieht, sofern es sich natürlich nicht um Betriebsgeheimnisse handelt. Plastikvogt ist nicht eine normale gelbe Sackaufbereitungsanlage. Was ist das Besondere bei Ihnen? Das Besondere ist bei uns, dass wir in einem gemeinsamen Verfahren nicht nur sortieren, wie es üblicherweise gemacht wird, sondern wir machen in einem integrierten Verfahren hinter der Sortierung direkt ein Recycling. Wie läuft das Verfahren bei Ihnen ab? Maßgeblich bei uns ist einfach, dass wir Stoffe, die wir bekommen, erstmal zerkleinern. Der Vorteil ist, dass wir dadurch halt bei Kunststoffprodukten, aber auch bei Getränkekartons, die aus Kunststoff und Papier bestehen, die Sortenreine dabei führen. Anders als herkömmlich liegen bei uns diese Stoffe dann schon mal von der Kunstsubstanz als getrennte Materialien vor. Bei uns fallen ebenso zu den Kunststoffprodukten auch Weißblechfraktionen an, Aluminium. Bei uns fallen Papierverpackungen an, die wir wieder rausholen. Wenn wir mal die gelben Säcke betrachten, was machen die Verbraucher so alles, was sie nicht tun sollten? Es werden halt viele Verpackungen ineinander gestapelt. Es finden auch Sachen den Weg in das gelbe System, die da nicht reingehören, weil man meint, es ist für Kunststoffe. Dazu zählt der eine oder andere auch Gummi, Fahrradreifen, technische Kunststoffe aus dem Renovierungsbereich. Wir haben immer wieder Kabelkanäle, PVC-Böden, Schlauchboote. Diese Stoffe gehören einfach in den Sperrmüll, in den Reistabfall. Was ist denn so das Schlimmste, was Ihnen in der Anlage passieren kann? Das Schlimmste, was passieren kann, sind halt Massivteile oder mitgesammelte Stoffe, die uns die Anlagentechnik blockieren. Wir haben Großvolumen mit Tannenbaumnetzen, die einfach nicht förderbandgängig sind und dann die Fördertechnik lahmlegen. Wie viel kommt bei Ihnen überhaupt rein im Jahr? Also pro Jahr verarbeiten wir ca. 80.000 Tonnen. Ungefähr ein Viertel des Landes Baden-Württemberg findet den Weg hier nach Rheinfeld und zu uns. Davon gewinnen wir 60 Prozent wieder zurück für den Wertstoffwirtschaftskreislauf. Und 40 Prozent sind dann Stoffe, die nicht verwertbar waren, Restinhalte, Fehlwürfe, Hausmüllanteile. Diese können nun energetisch genutzt werden. Gibt es tatsächlich Verpackungen, die eigentlich nicht wiederverwertbar sind? Ja, das gibt es leider. PET-Verpackung, Tiefzieh-PET, Schalen-PET aus dem Lebensmittelbereich. Für den Verbraucher ist es oft teilweise schwer erkennbar. Das PET-Flaschenrecycling in Deutschland ist hervorragend. Das funktioniert. Es wird sortenrein gesammelt über das Pfandrücknahmesystem. Aber es gibt weitere viele PET-Verpackungsartikel, die im Sack gesammelt werden, die völlig unterschiedlicher Struktur sind, für die der Recyclingbereich noch Antworten sucht. Könnte man natürlich sagen, als Kunststoffverwerter müssten Sie daran interessiert sein, dass möglichst viel Plastik verbraucht wird. Das sehen wir als Funkplastik anders. Wenn die Kunststoffe generell abnehmen würden, dann ist das in Ordnung. Dann ist das ein Schritt in die richtige Richtung. Aber da es so nicht ist die nächsten Jahre und die Kunststoffmengen sich vermehren werden weltweit, ist es wichtig, dass diese Verfahren genutzt werden. Wir haben keine andere Wahl. Der Kunststoff ist da und der wird uns noch jahrelang begleiten. Wie ihr seht, habe ich mich ziemlich ausführlich mit der Sache beschäftigt, habe vier Interviews geführt und will euch nochmal zusammenfassen, was ich daraus gelernt habe und mitgenommen habe. Erstens, bei den 17 Prozent muss man unterscheiden zwischen der Verwertungsquote von Plastikmüll in Deutschland und der Verwertungsquote von in Deutschland durch das duale System eingesammelten Verpackungsmüll. Zweitens, alle waren sich einig, dass Vermeiden besser ist als Trennen. Ganz klar, das Alleroberste, Abfall vermeiden. Schlimm ist eben auch zum Beispiel Einweggeschirr für Feste. Da wird jetzt viel angeboten aus Bambus und aus Holz und so weiter. Aber ebenfalls als Einwegprodukt. Das ist mindestens genauso schlimm als die Kunststoffeinwegprodukte. Drittens, alle sind sich durch die Bank einig gewesen, dass Trennen auf jeden Fall besser ist, als die Sachen einfach in den Restmüll zu schmeißen. Müllverbrennung ist garantiert eine besonders schlimme Lösung am Ende. Das verursacht hohe Treibhausgasemissionen, ist klimaschädlich, ist gesundheitsschädlich. Viertens, Recycling ist zwar momentan nicht wirtschaftlich, aber notwendig zur Ressourcenschonung. Fünftens, was die Verwertungsquote betrifft, die kann maßgeblich beeinflusst werden, a. durch den Verbraucher und b. durch die Technik. So eine Anlage wie die von Plastik Vogt, die zunächst mal alles zerkleinert, hat eine viel bessere und viel höhere Verwertungsquote. Sechstens, der Verbraucher kann also entscheidend mithelfen, dass wir eine bessere Recyclingquote bekommen, indem er z.B. natürlich bestimmte problematische Stoffe gar nicht kauft, indem er Verpackungen nicht gewaschen oder gestapelt in den gelben Sack tut und ihn dafür möglichst in alle einzelnen Bestandteile auftrennt. Ich habe dazu auch ein eigenes Video gemacht, das sind die 10 häufigsten Fehler beim Mülltrennen. Das findet ihr hier. Naja, und die Industrie sollte auch noch ihren Beitrag leisten, denn die sollte zunächst mal daran gehindert werden, überhaupt Verpackungen in Umlauf zu bringen, die nicht wirklich recycelt werden können. Es macht wenig Sinn, wenn die sich durch eine Lizenzgebühr aus dem gelben Sack sozusagen freikaufen können, aber dann Verpackungen machen, die man eigentlich gar nicht wieder verwerten kann. An dieser Stelle ist aus meiner Sicht die Politik gefragt, mit entsprechenden Rahmenbedingungen. Und auch wenn es darum geht, dass die recycelten Rohstoffe häufig teurer sind als die originalen. Was mir gar nicht so bewusst war, ist, dass wir zwar bei vielen anderen Stoffen irgendwie ein hohes Bewusstsein dafür haben, dass sie recycelt werden können, aber bei Kunststoff nicht. Und das hat Michael Dietl in seinem Appell an euch, an die Zuschauer, nochmal ganz deutlich ausgedrückt. Die Hoffnung, die ich habe, ist einfach, dass es gelingt, den Kunststoff in ein Bewusstsein zu bringen, wie es heute schon üblich ist für Altglas, Altpapier, für Altmetalle. Keiner käme auf die Idee, diese wertvollen Rohstoffe wegzuwerfen. Der Kunststoff taucht überall wieder auf, wo er nicht hingehört, weil es im Bewusstsein mangelt an der Bedeutung. Er muss gesammelt und er muss einer Verwertung zugeführt werden. Ja, in diesem Sinne hoffe ich euch, ihr habt dieses Video gefallen. Ihr habt ein bisschen Informationen oder Interesse an dem Thema dadurch bekommen können. Wenn ja, lasst mir unbedingt ein Like da, abonniert meinen Kanal und kommentiert unten gerne fleißig, was ihr von der Sache haltet oder was ich für weitere Themen auf diesem Kanal für euch darstellen soll. Ich freue mich, wenn ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid und bleibe bis dahin, euer Diesel Dietl. Ich freue mich, wenn ich Bonificenton für dich jetzt wünsche, ihr habt diveראisch geführt. Bei uns, wenn wir gut über denруд nhưnguju vazgeragen, dass wir max bis auf den Bereich Tro Repanieren nanomet Västigern gutて bleiben. Bis zum nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.